hey freunde willkommen zum heutigen test heute ist eine mega batterie dran wir haben ein verbund feuerwerk in f3 und zwar die beste preis 130 100 schuss und 30 millimeter ja wie gesagt ist ein verbund mit 100 schuss in f3 jetzt habe ich ja nicht das ding offen das sieht mir ein sack so schauen wir mal kurz rein die batterie hat übrigens 1800 gramm in em also 1,8 kilo und ist ohne stahlkäfig wir haben hier eine 1.3 g variante und das gute stück sieht so von innen aus also fertig verleitet ein bisschen schlechte lichtverhältnisse aber da sieht man mal die softbox ja wie gesagt riesen klopper preislich haben wir bezahlt knapp 60 euro ein bisschen mehr 65 glaube und da würde ich mal sagen gehen wir einfach mal raus und zünden diese wunderschöne große batterie in 30 millimeter einfach mal ein also bis gleich draußen zur zündung bestpreis 130 bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020